und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge mit armys mission genug gequatscht hier waren in der mission telekom und müssen hier ja jetzt noch 55 ja jetzt noch fünf nuklearsilos zerstören ich habe jetzt in der letzten folge hier erst mal eben den saft abgedreht was er hier nicht andauer wieder mit atombom-nötigen schmeißen kann so wie hier das mittlere plateau platt gemacht und jetzt schauen wir mal weiter also hier ist die hubschrauber weg ein stückleider vorrücken hier neun haben wir dabei brauchen wir ja gar nicht ernst wo kommt ihr jetzt ja macht ja mal bitte platt hier diese spektre dinge die sind echt gut also gegen fahrzeuge achten wir bekommen besuch von hinten ich mache jetzt mal ein radars kann noch weg beratzen kommen wir mal hier weiter lang kohle haben wir wie gesagt und nicht nur wie gesagt sondern sieht das sieht man auch mehr als genug was der fuck mal den dicken da ist mal weg erst den harvester erst den harvester und dann mal bitte hier das teil lasst euch ein bisschen aus hier machen wir eben das bitte klaut ihm hier noch mal den saft ja ok wir sollten vielleicht doch die nuklearsilos zerstören komm fahrt mal hierhin dann wir jetzt hier noch rumstehen neuerstehung oh ok der hat das ding wieder da reingeballert ich wundere mich nur dass da meine dass ich auf jeden fall hier oh er hat einen kaputt gekriegt sehe ich gerade dann können wir noch ein paar neue bauen das ist eigentlich das problem ja natürlich habe ich ihm jetzt wieder die möglichkeit gegeben Atombomben zu bauen hey lass mal in der zöger in Ruhe Bisser also ich rutsche jetzt mal langsam jetzt werden wir ihn einmal reparieren lassen auf jeden fall da haben wir noch zwei dabei sehe ich gerade jetzt mit dem rücken wir gerade mal dahin vor die dürfen nämlich dahin fahren wie gesagt Kohle haben wir auf jeden fall genug wir haben hier vielleicht noch ein paar da sind meine ingi-säe so rücken wir jetzt erstmal hierhin vor ich würde sagen da einmal kurz treffen oh da kommt ja so ein fettes Zeil ah nochmal ganz locker hier ne er ist die Panzer ganz wichtig mal langsam oh da ist auch ein bisschen mehr los ja haupt man das ganze ja das reicht dann ah Mist egal wir gehen jetzt auf die Atombombe hier so das war die vorletzte mal ein bisschen randalieren dann können wir auf den nochmal hin dann können wir auf den nochmal hin so das sieht doch schon bedeutend besser aus das macht mir hier den Rest kaputt mach mal den ingi erstmal dann brauchen wir keine Kraftwerke mehr wofür auch allesamt dann rauf so den noch weg der ist weg oder ist noch wieder so ein fetter Panzer der macht da auch nicht damage muss ich echt sagen wir machen erstmal das Ding die Mannequins hier kaputt jetzt geht da mal drauf sagt hat er ohnehin nicht mehr so wie mir das aussieht nö sagt hat er nicht mehr das sieht ganz gut aus dann brutzeln wir den jetzt schön runter hier wir sollten vielleicht aktuell das mal gerade reparieren so dann rutschen wir nochmal mit denen nach kommen wir erstmal da drauf hier grill das mal mach da man keines grill fest hier so den noch ach schaust du keine ingi mehr hier haben ein bisschen mehr bauen ein bisschen aufräumen hier ok die Uhr ist stehen geblieben das heißt er hat eh keinen Saft mehr bauen kann er auch nicht mehr also ich kann jetzt hier in Ruhe aufräumen das ist doch bestimmt noch irgendwie was da ist noch ein Flugfeld nix versteckt hier oder was da ist noch ein Flugfeld so brauchen wir noch ein paar Panzer so brauchen wir noch ein paar Panzer sehen machen das natürlich tot da hätten wir noch was natürlich hier der Rest der Base wie gesagt er kann sowieso nichts mehr machen da kann nichts mehr bauen da wäre noch was gewesen na komm mal zurück wer nix hätte mir hier wäre auch noch ein Tech, aber da komme ich nicht weit mit. So, der Tech-Sender will ich gleich mal zerstören. So, wir sammeln uns. Wie fährst du denn? Fährst unten lang. Dann sammelt ihr euch mal gerade bitte da alle. Die lasse ich immer noch stehen. Die haben es natürlich alles erledigt. Sowieso nur Geld. So, wir haben Techs dabei. Das ist natürlich nicht mehr. Knappen Artillerie. Wir sind weg. Na, gerade noch wieder vier Techies. Das heißt, ihr dürft da auch mit hin. Ihr dürft da auch mit hin. Und ihr dürft da auch mit hin. Okay, hier wäre noch ein Tech-Center gewesen, aber das ist mir jetzt gerade ein klein wenig egal. Ich gucke da jetzt alles hin zusammen. Was ist denn da überhaupt noch? Nur noch das bisschen hier? Irgendwelche Techs hierbei? Wahrscheinlich nicht, ne? Ach, das ist noch ein Raketenturm. Wir waren gerade tot. Ne, Techie haben wir natürlich aktuell nicht dabei. Alter, hier ist auch wieder was in Bewegung, ey. Oh, was haben wir denn hier noch? Kümmert euch mal bitte. Ne, macht mal bitte mit. Nicht einfach abhauen. Hier bleiben. So, Infanter. Ach, Infanterie sei schon hier. Ach, da kommt meine Tech-Brigade auch schon angerannt. Die rüste ich nämlich jetzt noch alles hoch, weil eine zweite Mission werde ich nicht schaffen in dieser Folge. Guck mal, dass ich die noch so ungefähr auf 18, 19 Minuten kriege. Weil letzt hat der eh Überlänge gehabt und von daher kann ich mal mal ruhig eine kürzere Folge machen. So, hier mal bitte alles rappen hier. Meine lieben Freunde. Mal gucken, natürlich noch mehr. Ziehen wir da auch noch hin. Mal habe es davon hier noch alles schön durch die G... Oh, hier haben wir auch noch was stehen. Da auch in die Traube rein. Weil ich muss echt sagen, indem ich so die ersten Angriffe abgewehrt habe, in dieser Mission geht es eigentlich relativ ganz gut sogar. Also, diesen Mob hier, ey. Komm her, du. Ne, ich brauche mal gerade Mechi da. So, bitte den heile. So, alles heile jetzt. Aber wie kommen die da noch? Krass. Ja, da sind wir wieder hier. Meine riesen Armee. Kann man eigentlich das... Warte, das will ich jetzt mal kurz nachgucken. Keybindings. Konex Order, Attack Ground. Not Transport, Scatter. Patrol. Guard, Stop Command. Armour auf P. Alternate Attack Move. Achso, äh. Ja. Okay. Will zoom. Was passiert das, wenn ich OP mache? Also, das kann ich dir so hin und her fahren lassen. So, von da. Jetzt fahren die ja die ganze hin und her, oder was? Nö. Fahren jetzt einfach nur da hin. Alter. Das wird jetzt ja mal riesen... riesen Gewusel. So, das soll man bitte von da... Können wir bewegen? Ja. Nach da. Funktioniert das wohl? Fahren die da jetzt alle um, um Runde? wieder böse Sachen kaputt hier. Ja, lass mal heiler. Ich will lass mal gucken, ob das... Anscheinend funktioniert das. so ein kleines Auto rennen jetzt gerade hier. Wenn die dann da hinten auch gleich wieder rumfahren, wieder in die, in die entgegengesetzte Richtung. Das wäre... Oh, okay, da sind noch MGs. Ne, ein Hubschrauber ist da. Und die knallen wir mal gerade ab. Das sieht ja auch ziemlich schlau, was ich gerade mache hier. mit denen aufdecken. Oh, okay. Soll ich sie dann, glaube ich, wirklich... Ja, die fahren jetzt hier in meinem Kreis. Wie geil ist das denn, ey? Wie geil. So, jetzt habe ich auch genug gespielt. Kriegen die jetzt alle wieder... ...zusammengerissen hier. Die ganzen patrouillierenden Leute. Was sagen, hört auf zu patrouillieren? Nee. Ja gut, einfach hier vorne abfangen, ne? Aber finde ich cool, dass die jetzt immer noch im Kreis fahren. Das finde ich cool. So, komm hier in die nächsten da hin. Zack, geh auch da hin. Zack. So, ihr natürlich auch bitte da nochmal hin. Fehlt noch was? Ja, ein paar Mechis fehlen natürlich. Ich glaube, dann habe ich alles, ne? Wenn die beiden hochlaufen, ja. Ja, nice. Na, komm her. Na. Ja, meine kleine Armee. Und jetzt rollte ich mal mit allen. Den dürfte sofort weg sein, ey. So, das Airfield. Dann hier nochmal. Schießen die? Nee, natürlich nicht. Ja, dann den letzten von denen. Und... Ja, gut. Tut mir leid, dass ich jetzt hier gerade so ein bisschen rumgespielt habe, aber... Ja, sowas muss auch mal sein. Das war jetzt ja noch eine kleine lockere Runde. Bin da doch noch auf meine 22 Minuten gekommen. Haha, auch nicht schlecht. Gut, also haben wir gepackt. Aber es gibt auch schon direkt zwei Kraftwerke dazu für die nächste Mission. Das finde ich cool. So, was haben wir denn? Units Crates 278. Structures Raised 101. Units Killed 478. Gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Insgesamt 40 Minuten für die Mission. Ja, gut, wir haben ein bisschen rumgepimmelt. Aber wie gesagt, muss mal ab und zu auch mal sein. Ja, Alter, nicht schlecht. Destroy 20 Powerplans. Ja, okay. Wir verfehlen hier noch ein Satellite-Uplink und ein Fire-Orbital-Cannon. Auch nicht schlecht. Ich vermute mal, das wird sowas sein wie die Ionen-Kanone bei Command & Conquer. Da haben wir auch nur noch 1, 2, 3, 4 Missionen. 4 Missionen haben wir nur noch. Cool. Dann werden wir auch schon wieder durch. Aber, gut. Aber, aber. Was wollte ich sagen? Vergessen. Ja, gut. Egal. Vielleicht fällt es mir später nochmal wieder ein. Aber jetzt würde ich sagen, beenden wir die Folge. Wir sind jetzt bei 23 Minuten sogar. 10 Minuten rumgealbert. Und damit bis morgen. Tschüss.